Faustinus Film produziert seit Jahren erfolgreich fürs deutsche Fernsehen. Unsere Mitwirkung an unzähligen Produktionen bietet spannende Unterhaltung, Service und verständliche Informationen. Ob Reportagen, aufwendige Dokumentationen oder bunte Magazinbeiträge. Wir sind ganz dicht dabei, auch wenn es um Leben und Tod geht. Unsere Filme zeichnen sich aus durch handwerkliche und journalistische Qualität. Zielgenau recherchiert und realisiert. Faustinus Film konzipiert verschiedenste Formate für Internet und Fernsehen. Unser Anspruch, multimediales Marketing, das begeistert. In unserer Sendung, die Urlaubsprofis, produziert fürs regionale Fernsehen, sorgen wir für eine ansprechende, werbewirksame Darstellung unserer Kunden. Das Konzept, wir nehmen Reiseziele genauer unter die Lupe und zeigen attraktive Angebote für den nächsten Urlaub. Geheimtipps inklusive. Informativ, packend, unterhaltsam, Faustinus Film produziert auch für Kunden aus Industrie und Wirtschaft. Ob es der elegante Seidenstrumpf ist, oder der hochwertige Wanderschuh. Jeder maschinelle Arbeitsschritt wird genauestens gezeigt. Ein lehrreiches Video für alle Zuschauer. Wir wollen aber nicht nur erklären, sondern auch unterhalten. Dabei bewegen wir uns in unterschiedlichste Richtungen und denken maßgeschneidert für unsere Kunden. Natürlich die aktuellsten Trends nicht zu vergessen. Absolut im Trend ist das eigene Webvideo in Verbindung mit Social Media. Für den Bundestagsabgeordneten Johannes Singhammer produzieren wir Imagefilme und veröffentlichen sie auf YouTube und Facebook. Das schafft zusätzliche Internetpräsenz. Wir produzieren auch für Sie Webvideos, Imagefilme und Produktvideos von der Idee bis zum fertigen Film. DER EINSTEN DER EINSTEN Vielen Dank.